Es war einmal ein frivoles Forsthaus irgendwo in Österreich. Da wird aktuell angewandelt statt abgesägt. Die geile Gina. Da herrscht schon starkes Interesse, glaube ich. Doch das Forsthaus wird langsam auch zum Frusthaus. Wir gehen doch jetzt. Du kannst doch mit mir unterwegs reden. Du musst jetzt nicht da so stehen, nur weil deine Kamera... Ich möchte dir das zeigen, wo ich da stand. Aber ich weiß doch, ich stand doch gerade da. Es ging doch gar nicht jetzt darum. Leck mich am Arsch, echt ey. Bist du bescheuert gerade? Es war dumm und unangebraten. Ich fand es auch einfach normal mit dir rumgegeben. Ich bin auch lieb zur Untergröße zu. Ich weiß, ich habe Cedric zum Beispiel auch noch nie wein gesehen. Und jetzt heute zum ersten Mal. Leg dich nicht mit Gina an. Keiner verletzt mein Baby. Dein Baby, den kennst du fünf Minuten. Das ist ja alles so fake wieder. Du bist so oft gegeben schon auf die Schnauze gefein mit den falschen Leuten. Aber ich stehe ja immer noch seit 17 Jahren. Bin ich ja da, also kann ich ja nicht so verkehrt sein. Und wäre ich ja schon längst weg vom Fenster, wenn ich so ein Scheiß-Mensch wäre. Ab auf die Spielwiese, ihr kleinen Stromer. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Bleib stehen, bleib stehen. Nach vorne, nach vorne. Ah, nach links. Aua! Aua! Ja, Mann! Aua! Aua! Nein! Was, nein? Ich fick dich gleich. Ich schwöre, was, nein jetzt? Vielen Dank.